Portfolio von Lisa anschauen, bitte. Hast du ein Portfolio? Also ein Public, meine ich? Ich habe eins angefangen, ich wollte das immer mal machen, aber da bin ich bisher auch noch nicht zugekommen. Also gerade jetzt mit den ganzen Dividenden-Aktien, das ist auf jeden Fall mein Ziel oder mein Plan, dass ich das dann öffentlich stellen kann. Habe ich aber aktuell leider noch nicht komplett fertig. Also ich habe es auf der Webseite zu einem kleinen Teil, aber nicht alles leider. Okay, schick mal einen Link, können wir da mal reingucken. Kursgewinn 15 Prozent seit Kauf. Ist ja schon mal nice. Und was sind so deine großen Positionen? Ich glaube, da ist tatsächlich der Vanguard High Dividend ist, glaube ich, relativ hochgewichtet. 14,47 mit Vanguard Fuzzi Allworld High Dividendiert. Wie somit, oder? Ist das nicht auch sein Lieblings? Kann gut sein, ja. Ich hatte bestimmt, haben wir uns da mal drüber unterhalten und dann gegenseitig inspiriert. Also Vanguard Fuzzi Allworld, dann Prospect Capital. Was ist das? Das klingt für mich nach einem Read. Das ist ein BDC sogar. Also es ist relativ risikoreich. Ist auch, sage ich auch immer dazu, wenn da jemand fragt. Also da habe ich echt ein bisschen spekuliert drauf. Was ist BDC? Das sind diese Business Development Companies. Ah, ja. Main Street Capital ist bekannt aus der Ecke. Das kennt man, glaube ich. Oder das ist oft so der Klassiker in dem Bereich. Ja. Aber du hast da halt schon sehr viel Risiko, würde ich sagen. Ja. Die habe ich, glaube ich habe die schon seit 2014 Aktien oder so erstmalig gekauft und dann halt immer wieder nachgelegt. Ganz schön daran ist halt tatsächlich, dass die jeden Monat Dividenden ausschütten. Jeden Monat? Okay. Ja. Habe ich gerade hier gesehen, wo ich das hier geöffnet habe. Wirklich so bam, 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 bam. Und was ist Business Development Company? Also ich habe das ja im Buch von von Luis Passos gelesen. Kannst du das mal kurz beschreiben? Also was da so das Ziel ist? Also sind da Immobilienaktien drin, oder? Ah, da kann im Prinzip alles Mögliche drin sein. Also es geht halt darum, diese Unternehmensentwicklung damit zu erzielen. Und es ist aber halt dadurch auch ein sehr hohes Risiko, weil du oft eben auch Wetten eingehst mit mit den Investments quasi. Also es ist viel, viel risikoreicher als jetzt die klassischen langweiligen Dividendenaktien, sage ich mal. Da ein Johnson & Johnson. Gut, das ist klar. Die sind auch guter Dividendenzahler, ne? Ja. Die haben auch schon, ich weiß gar nicht, 66 Jahre oder so am Stück. Auf jeden Fall schon super lange sind die da am Start, ja. Also ein klassischer Dividendenadel. Genau. Oder Aristokrat vielleicht sogar. Garmin. Garmin ist kein Dividendenzahler, oder? Also doch. Echt? Okay, krass. Vielleicht kennst du die, die Uhren von Garmin? Klar. Diese Sportuhren? Ah ja, okay. Jetzt habe ich die nicht hier, aber ich bin großer Garmin-Fan. Also ich habe, ich habe selbst normalerweise eine, die liegt jetzt nebenan. Die sind halt auch viel aktiv in dem ganzen, ja, GPS-Markt. Also ich kenne die ursprünglich auch über Geocaching, falls du das kennst. Ja. Hast du das mal gespielt oder gemacht? Ziemlich exzessiv auch teilweise. Echt? Okay, geil. Also daher kennt man eigentlich diese Garmin-GPS-Geräte auch so ein bisschen. Oder kannte ich die erstmalig und die sind halt sehr, sehr gut einfach. Oder zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja, die sind auch im GPS, also für Aviation und Boote. Also für alles. Die machen auch Flugzeug-GPS-Geräte. So das Nonplusultra auch im Bootssektor sind auch Garmin-Navigation-Geräte. Also sie sind echt top, ja. Hast du die deswegen reingeholt? Ich glaube, dadurch bin ich ursprünglich mal auf die Firma gekommen, auf jeden Fall, ja. LVMH, sehr gut. Also das ist die einzige Einzelaktie, die ich besitze. Wie steht die aktuell? Du hast doch die, glaube ich, bei 700. Ja, und die 700. Oh, 60 Euro down nur. Also 8 Prozent. Das geht doch voll. Das ist meine einzige rote Position im Depot, siehst du mal. Sonst habe ich auch nur zwei ETS drin. Okay, LVMH, warum hast du die geholt? Sind die Dividendenzahler? Ich glaube auch ein bisschen, aber nicht exzessiv. Ja, aber so Dividendenwachstum ist ja auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Also im Prinzip, einfach aufgrund der guten Finanzstabilität, die guten Kennzahlen und einfach so dieses Riesenproduktportfolio, was sie haben, was vergleichbar, glaube ich, gibt es gar nicht als einzelne Aktie. Könnte man vielleicht auch als ETF abdecken, wobei da natürlich wahrscheinlich auch die höchste Gewichtung LVMH haben wird beim Luxus-ETF. Das wäre ein Teaser, um mal im Finanzfluss ETF-Info mal den anzuschauen. Ich bin schon unterwegs. Oh, es gibt nur einen Amundi S&P Global Luxury. Und dort drin ist... Ah, ist leider ein Swapper. Egal, da gucken wir ins Factsheet rein. Also, was haben wir da drin? Richmond Sea. Oh Gott, weißt du, was das ist? Mit 8%. Hier, Chat, ihr müsst uns jetzt helfen. Genau, dann hast du LVMH mit 8% drin und Hermes relativ... Also mit einem Prozent unterschiedlicher Gewicht... Also Unterschied von der Gewichtung her. Das hatte ich nämlich auch im Kopf. Also die nächstgrößere Luxus-Brand, die ich im Kopf hätte, wäre auf jeden Fall Hermes. Kering, genau. Mercedes-Benz. Okay. Ja, kann man vertreten. Warum nicht? Warum dann nicht Porsche? Estelaida, ist das eine Luxus-Marke? Es ist Kosmetik. Also ist schon eher hochwertig. Ah, okay, hast recht. Clinique und so sind so Marken, die dazugehören. Die sind halt auch eher, ich sag mal, im höheren Preissegment. Richmond, Schweizer Luxusgüter mit vielen Luxusuhren. Okay, guck mal, hier siehst du die Marken. Okay, davon kenne ich ehrlich gesagt kaum welche. Ach, IWC gehört zu Richmond. Okay. Lang und Söhne auch. Okay, krass. Zwei deutsche Marken. Cartier gehört auch zu denen. Okay. Das ist verrückt, ne? Du denkst immer so, Cartier ist super französisch, aber nein, gehört hier zum Schweizer. Zurück in dein Portfolio. Unilever hast du drin. Das ist schon ganz gut diversifiziert, ne? Einmal alle Branchen durch. Eine spekulative Wette, einmal Pharmazie, einmal Technologie, einmal Luxus, einmal Unilever, FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Ja, ist von allem was dabei, auf jeden Fall. Wobei, man muss schon sagen, ich glaube, prozentual, wenn man jetzt aufs Gesamtdepot schaut, ist schon so dieser Konsumgüterbereich am etwas höher, muss man sagen. Aber da gibt es halt auch viele Dividendenaktien einfach. McDonalds, auch ein Dividendenzahler, Kraft Heinz, um im selben Boot zu sein wie Warren Buffett. BlackRock hast du mit drin. Okay, spannend. Warum hast du BlackRock? Die sind auch, ja, also auch aus Dividendenwachstumssicht sind die tatsächlich ganz spannend. Also, dass man einfach quasi davon ausgeht, dass man da Potenzial hat, noch ordentliche Steigerungen im Verlauf zu bekommen. Und die sind halt auch, also BlackRock-Aktie, ich meine, gefühlt sind die in fast jedem Unternehmen investiert. Das ist so ein Riesenkonzern. Und klar, auch iShares, ETFs kennt man ja von denen und so weiter. Wobei ich das immer relativ schwierig finde, zu beurteilen. Gerade wenn man jetzt nicht aus diesem Umfeld kommt. Also, das ist auch bei JP Morgan zum Beispiel, habe ich auch noch als einzelne Aktie. Bei Banken finde ich das schon relativ schwierig, dass man da sich dann auch entscheidet. Also, genau. Achso, du meinst innerhalb eines Sektors, also du sagst. Ja, genau. Dass du dann wirklich da die Auswahl treffen kannst, weil da einfach, ja, wenn man es anders betrachtet, als jetzt vielleicht Konsumgüterunternehmen zum Beispiel. Das ist schon ein bisschen anders, ja. Was macht Mondelez? Das sagt mir auch was. Das ist, glaube ich, auch FMCG, oder? Das ist ein bekannter Schokoladenhersteller. Also, die sind, die machen zum Beispiel auch Tuplerone und so weiter. Also, das sind super viele Marken auch unter einem Dach vereint. Also, auch so Fast-Moving-Consumer-Goods. Und dann hast du ein Bond-ETF. Krass spannend. Vanguard, US-Dollar, Corporate Bonds, also gemischte Unternehmensanleihen. Läuft das gut? Das müsste ja jetzt Kurse verloren haben, aber dafür steigen die Ausschüttungen sehr wahrscheinlich jetzt. Ja, wobei ich da eigentlich tatsächlich überlege, den zu verkaufen. Also, einfach auch nur auf Aktien langfristig zu setzen, nicht mehr auf Anleihen. Also, den habe ich auch schon relativ lange im Portfolio und war auch so ein bisschen, ja, auch dieses monatliche Ausschüttung bekommen, was man bei dem eben hat. Ah, echt? Wobei die Performance da auch, ja, eher zu wünschen übrig lässt. Also, es ist im Jahr jetzt auf minus 10 Prozent. Das geht ja noch. Dadurch, dass die ein US-Dollar sind und der US-Dollar stärker geworden ist gegenüber dem Euro, ist der Kursverlust sehr wahrscheinlich niedriger. Wenn wir es uns jetzt in Dollar angucken, jo, bist du bei minus 16 Prozent. Ja, wobei ich meine, langsam werden Bonds schon attraktiv, ne? Dadurch. Also, ich hatte jetzt gestern ein Interview mit Andreas Beck und der meinte so, der Anleihensektor wird jetzt interessant, ja. Du musst halt jetzt nur warten, bis die Zinsen aufhören zu steigen, weil deine Anleihen verlieren ja quasi an Kurswert. Also, die Kurse sinken, wenn die Zinsen steigen. Und irgendwann bist du aber am Zins hoch angekommen. Also, er meinte, wir können noch ein Prozent hoch, was die Leitzinsen angeht. Und Holger hat dem auch nicht systematisch widersprochen. Von daher, vielleicht ist da noch Potenzial drin, aber ich weiß. Also, was sind da für Anleihen drin? Die Top 10. Anhäuser Busch, genau, guck mal, mit 4,9 Prozent Coupon. Okay, das sind jetzt die neue Emissionen, die da rauskommen. Oh, guck mal hier, ein Goldman Sachs mit 6,7 Prozent Coupon. Die Zahlen steigen langsam, ja. Dann, aber auch nur vier Prozent vom Depot, ne? Also, geht noch. Also, es ist ja nicht... Ich glaube, es sind effektiv sogar ein bisschen weniger, weil da im Prinzip andere Werte noch fehlen. Also, es ist, glaube ich, prozentual sogar eher zwei Prozent oder sogar noch ein bisschen weniger. Realty Income kennt man ja, Immobilienaktien, also Immobilienaktiengesellschaft. Microsoft, Klassiker. Hershey's, noch mehr Schokolade. Yes, die machen zum Beispiel Reese's, Peanut Butter Cups. Aha, nee. Die haben so eine ganz auffällige Marke. Die sind auch oft, oder die kommen ab und an mal nach Deutschland, aber sind eher nicht so bekannt hier. Also, es ist eher US-Markt, aber die sind sehr lecker. PepsiCo. Warum Pepsi kein Coca-Cola? Beides. Achso, beides, ja. Aber Coke mit weniger Gewicht. Coke 0,5, PepsiCo mit 2,5. Im Prinzip hätte ich gerne beide relativ ähnlich gewichtet. Grund ist einfach, weil ich mich nicht entscheiden konnte, wollte, und Pepsi hat halt auch noch mal ein bisschen anderes Produktsortiment. Also, die haben ja auch zum Beispiel diese Lays und sowas, also noch ein bisschen andere Brands vereint. Und ja, fand ich beides einfach gut. Wollte ich mich nicht entscheiden. Visa JP Morgan. Ja, nice. Das hast du gesagt. Das ist quasi so die Bankaktie, auf die du setzen willst. Genau. Also, von allen Banken denkst du, das ist die beste Bank? Nicht unbedingt die beste. Ich habe auch noch eine norwegische Bank, die DNB. Die habe ich auch noch im Depot. Und ja, gut, BlackRock könnte man auch so in das Bankenumfeld einordnen natürlich. Aber das ist auf jeden Fall nach meiner Recherche so die, die mir aktuell da am besten zugesagt hat. Die habe ich auch noch nicht super lange im Depot. Schüttet JP Morgan Dividenden aus? Mhm. Nvidia Klassiker. Ich glaube, jeder hat Nvidia. Hat vor kurzem Pip Glöckner sich im Podcast darüber geäußert, dass es immer overhyped ist. Ah, okay. Wobei die auch, die Dividende ist da echt zu vernachlässigen. Also, das ist auch eher so ein Wachstumstitel. Aber da sie eine auszahlen, dachte ich, die kommen auch in das Depot. Dann 3M Klassiker und zwei ETFs. Ein MSCI World und ein MSCI Emerging Markets SRI. Wie bist du dazu gekommen? Noch nicht breit genug diversifiziert? Ja, das war im Prinzip, weil ich mich so mit diesem ganzen Thema noch mal beschäftigt hatte. Also mit dieser ESG SRI Eingrenzung und alles rund um das Thema und wollte einfach auch noch einen ausschüttenden ETF dazu quasi packen. Also jeweils den World und den EM und dann habe ich die jeweils auch noch dazu genommen. Genau. Rio Tinto. Es haben so viele Leute Rio Tinto im Portfolio. Wie groß ist denn da die Dividendenzahlung? Ist das so attraktiv? Ja, die ist schon relativ hoch. Die Dividendenrendite bei denen, musst du mal gerade schauen vielleicht, wie die aktuell ist. Aber ich glaube, die ist so 5 oder 6 Prozent sowas um den Dreh. Ist aber auch ein umstrittenes Unternehmen tatsächlich. Also ich habe auch überlegt. ESG-Kriterien nicht so top. Ja, da gibt es auch extrem viele, ja ich sage mal, negativ, Schlagzeilen, viel, viel Kritik. Ja, auch so, ich sage mal, menschenrechtlich, wo ich auch überlege, willst du die langfristig im Depot haben? Nicht unbedingt. Also da, das ist auch so ein Kandidat, wo ich eher so aus Ethik, sage ich mal, überlege, die dann zu verkaufen. Ja, lohnt sich ja jetzt mit plus 20 Prozent. Ja, 19, irgendwas Prozent ist doch okay. Und, ah ja, okay, spannende Sache, weil ich hatte in der Bank mal indirekt für die gearbeitet. Kann ich nicht so viele Details geben, aber da habe ich auch ein bisschen von der Firma mitgekriegt. Gut, das ist halt in dem Sektor, um sie ein bisschen in Schutz zu nehmen, in Anführungszeichen. In dem Sektor, im Rohstoffsektor, laufen halt viele Dinge schwierig, ne? Gerade in der Rohstoffförderung und Verarbeitung und so weiter. Aber ja, nichtsdestotrotz, da muss man trotzdem dran arbeiten. Coca-Cola, haben wir drüber gesprochen, Cisco, Nike, Estee Lauder hast du auch noch drin. Die sind auch relativ frisch. Da große Empfehlungen, es gibt einen Podcast, der heißt Kampf der Unternehmen. Klingt ein bisschen clickbaity, aber da habe ich zum zweiten Mal empfehlen bekommen. Ach, okay. Also das sind verschiedene Storys, zum Beispiel Hagen-Dazs gegen Ben & Jerrys, Estee Lauder gegen L'Oreal und das ist so ein bisschen, ist fast wie ein Hörspiel. Also das ist so ein bisschen diese persönliche Ebene, wird super cool erzählt, auch mit Soundeffekten und so weiter und geht halt um die Entwicklung des Unternehmens oder um die Entstehung und dann auch um diese ganzen Schwierigkeiten, die die hatten. Ich hatte die, also Estee Lauder als Aktie hatte ich schon vorher im Depot, aber habe das im Nachhinein mir dann nochmal angehört und das war echt mega cool. Also echt so diese ganze Unternehmensgeschichte so richtig schön aufbereitet einmal anzuhören, das ist echt eine große Empfehlung, der Podcast ist klasse. Den muss ich mir speichern, den Podcast hier. Es gibt glaube ich auch Aldi vs. Lidl, ist glaube ich auch noch eine Folge, die habe ich aber auch noch nicht angehört. Ah und über Red Bull und Monster Energy, das ist auch sau interessant, also auch so diese ganzen Probleme, die Red Bull früher hatte und wie die dann zu dieser bekannten Marke einfach wurden, das ist mega spannend, sich das anzuhören. Dann hast du dich für Estee Lauder entschieden, weil dort hast du den Kampf, also wurde das gecovert dort Estee Lauder? Nee, schon vorher, also ich hatte die schon vorher als Sparplanaktie aufgenommen, aber habe dann den Podcast natürlich mit noch größerem Interesse verfolgt sozusagen. Nice und dann, ach das waren schon die letzten, okay cool. Ja, spannendes Portfolio, also muss man sagen. Es ist auf jeden Fall noch nicht vollständig, leider. Ich hoffe, dieses Dream-Highlight hat dir gefallen, hier findest du noch weitere Videos hier auf Überfluss und wenn du das nächste Mal live mit dabei sein möchtest, solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann wirst du nämlich jedes Mal informiert, wenn ich hier auf Überfluss nochmal live bin. Bis dann!